So, willkommen zum dritten Teil vom FAQ-Video, beziehungsweise dem Antwort-Video, ja genau. Benjamin Engel fragt, seit wann hast du Adi? Jetzt bin ich mal gespannt, da sind nämlich auch schon wieder Antworten dabei. Ein Jahr. Okay, dachte, wäre länger. Gab doch ein Geburtstagsvideo, musste mal suchen. Aber das Geburtstagsvideo ist jetzt auch wieder ein bisschen her. Den Adi habe ich genau seit dem 26.03.2019. 2019, das ist also jetzt, März, ne? Das ist jetzt eineinhalb Jahre sogar schon. Er dachte länger, aber der Adi ist ja noch nicht so alt. Der Adi ist eine kleine junge Wurst, um das so zu sagen. Wir müssen das Pikachu wieder einblenden. CM Punk, da müssen wir auch wieder hier ausziehen. Würdest du mir alle deine Shiny geben? Nein. Was ist besser, Discord oder Telegram? Wenn ich jetzt sage Telegram, dann schlägt er mich. Also ich muss sagen, ich bin öfters in Telegram als in Discord. Ich gehe Discord wirklich nur einmal rein, um mein Raid zu posten. Aber bei Telegram gehe ich öfters rein. Guck mal, was die anderen so geschrieben haben hin und her. Was sie so für Bilder geschickt haben. Discord habe ich auch die ganzen, ach, Telegram habe ich auch die ganzen Privatnachrichten, wo die Leute mir Bilder schicken, wo ich antworte. Bei Discord soll ja keiner Bilder schicken. Bei Discord schreiben wenig Leute mich privat an. Discord finde ich halt ein bisschen hässlich und dunkel, während Telegram einfach blau und weiß. Das spricht mich eher an. Ist für kurze Intermezzo einfach besser zugänglich. Discord bietet aber natürlich mehr Funktionen und ist für was Größeres besser geschaffen. Also, besser ist sicherlich Discord, aber mir gefällt Telegram von der reinen Nutzung her momentan besser. Kommst doch safe an meiner Feier mit einem drauf machen. Das weiß ich noch nicht. Der hat ja auch heute Geburtstag. Na gut, wenn ihr das Video seht, ist es schon wieder vorbei. Äh, aber er wohnt dreieinhalb Stunden weg. Also, ich glaube, das überlege ich mir noch. Zu irgendeinem Fremden zu fahren, der mit Stühlen um sich wirft. Wie viele Kamele bin ich dir wert? Eins. Weil, beides sind Lebewesen. Wird eins zu eins getauscht. Fertig. Jägermeister oder Wodka? Würde ich auf jeden Fall Jägermeister nehmen, weil ich Wodka richtig eklig finde. Wodka so zu trinken, das ist so richtig... Bäh. Jägermeister so zu trinken ist so... Joa. Schmeckt ein bisschen, ne? Also würde ich auf jeden Fall Jägermeister dem Wodka vorziehen. Was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Kino? Familie? Freundin? Mit der Mama einkaufen fahren? Äh, chillen? Sachen gucken? Netflix durchstöbern? An mir rumspielen? Nein, keine Ahnung, mit dem Adi mich beschäftigen, irgendwas? Perücke? Unwahrscheinlich, hast du ja fast keine Haare mehr auf dem Kopf. Hm. Stimmt. Hat er sich dazu geäußert? Ist aber keine Frage, wunderbar. Wann gibt es die große Ramses-Pokémon-Motto-Hochzeit? Wir wollen alle kommen. Also wann? Antworten? Sag mal, könnte ich mal mit dir, Rayquaza, Glückstauschen? Am besten Shiny. Dafür ein Herz. Genau, gebt ihr nur böse. Ähm. Ich weiß es nicht. Momentan ist eine Hochzeit noch ausgeschlossen. Wir leben ja nicht mal zusammen, ja? Da ist, da stehen, sind noch so viele Steine im Weg, die ein normales Zusammenleben, äh, erschweren. Und da wäre eine Hochzeit auch, äh, total sinnlos. Ich gehe ja jetzt auch nicht irgendwo hin und schwänge da eine im Ausland und dann komme ich wieder her und dann wächst hier mit dem Kinderleine auf und dann sage ich, jetzt komme ich nochmal ein Jahr später, um fix zu heiraten und fahre dann wieder heim. Also, das muss schon alles ein bisschen anders sein. Aber, das ist, weiß ich nicht, das kommt ja in den nächsten zehn Jahren, haben wir ja schon gesagt. Mewtwo fragt, achso, das war übrigens gerade Sabrina Spiel, jetzt Mewtwo fragt, magst du mich und würdest mir einen Shiny schenken? Ich finde ich ganz okay, ja, Shiny, kommt drauf an. Wenn du schon eins hast davon, würde ich dir vielleicht eins geben, so aus Spaß, aber ein neues ist mir zu teuer. Ja, ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Frank Dombrovski, hast du vor, dich bei YouTube zu etablieren und Geld zu verdienen? Also, ich hätte nichts dagegen, wenn ich damit Geld verdiene. Wenn das nicht klappt, gehst du irgendwann nochmal einem Beruf nach. Ähm, wenn sich was Passendes anbietet, was lukrativ ist, dann natürlich, nur sehe ich halt nicht ein, wenn ich irgendwo hin will und die alle immer nur sagen, Teilzeit hier, Teilzeit da und dann gehst du, was weiß ich. Wenn ich 20 Stunden arbeiten für 400 Euro und wenn ich nicht arbeiten gehe, habe ich dasselbe raus. Ich möchte, wenn schon wirklich was, wo ich dann komplett auf eigenem Bein stehe. Also, wenn dann Vollzeit irgendwas, wo ich 40 Stunden arbeite und meine 1200 oder so raus habe, wo ich dann wirklich am Ende des Tages auch merke, wofür ich überhaupt aufstehe. Nicht, ich stehe auf und irgendwie ist trotzdem alles gleich, nur, dass ich weniger Zeit habe. Das finde ich halt Quatsch. Was hast du eigentlich gelernt? Werkzeugmechaniker? Ne? Kennt man vielleicht, Werkzeugmechaniker. Ist eigentlich ja auch ein guter Beruf. Hab da auch meinen Facharbeiter gemacht und alles. Äh, drei Fragen. Hoffe, das ist nicht too much. Danke im Voraus für deine ehrliche Antwort. Kein Problem, haben wir gegeben. Julchen, Feichen, in manchen Videos steht hinter dir ein Schrank, der mit Schaumstoff ausgeschlagen ist. Und darin ist so ein komisches Gestell. Ist das ein Folterschrank? Falls nein, was ist es dann? Das ist meine Aufnahmekabine. Das Gestell, was darin ist, ist mein Mikrofonständer mit dem Mikrofon dran. Und in dem Schrank sind halt Eierkartons zur Schallregulierung, was total sinnlos ist. Es aber lustig aussieht und weil wir eh so viele übrig hatten, habe ich das einfach so hin, damit das aussieht wie ein Aufnahmestudio. Einfach in einem Kleiderschrank drin. Ist also keine Folterkammer, beziehungsweise könnte man sagen, es ist eine Folterkammer, weil ich nehme damit ja Musik auf, schrei da rum und veröffentliche das dann, dass andere hören, wie ich die anschrei und dann bluten die Ohren. Also es ist eine Art Folterkammer, aber eigentlich ist es meine Aufnahmekabine mit Mikrofon. Hard Dubstyle 420. Was machst du so tagsüber? Also oft ist es so, ich stehe frühes auf, ich gucke, ob gerade ein Raid irgendwo ist. Wenn gerade ein Raid irgendwo ist, ziehe ich erstmal los, mache meinen täglichen Raidpass weg in drei Runden. Sechs gelbe, sechs blaue, sechs rote. Lade dabei ein paar andere Leute ein. Steppe dann wieder heim, nehme mein Video auf für den Tag, was ich machen will, schneide das, lade das hoch. Wenn ein Fanpost kam, nehme ich die dann auch noch auf und lade die als zweites hoch. Wenn nicht, suche ich mir irgendwas zu testen hier für Ramses Kitchen, nehme das vielleicht auf. Dann muss ich vielleicht fix mal zur Mutter fahren, weil die sagt, sie will heute mal in den Hagebaumarkt oder sie muss ihre Steuererklärung wegbringen oder sie muss einkaufen oder sonst was. Oder mein Cousin fragt, was machst du so? Wollen wir mal ein Bierchen trinken im Park? Wenn nicht, bin ich viel damit beschäftigt, dann die ganzen Sachen durchzugucken. Also nachdem ich mein Video rausgehauen habe, muss ich dann immer bei Telegram alles durchgucken, die ganzen Nachrichten beantworten. Ich muss dann bei Instagram durchgucken, ich muss bei WhatsApp durchgucken, bei Facebook, bei Discord. Viele sind dann dabei, die sagen, jo, hast du Zeit, können wir kurz eine kleine Trade Session machen. Dann geht wieder eine Stunde drauf, du tradest mit denen. Dann sind viele da, die haben Fragen, du sollst denen etliches erklären. Dann sind viele da, die schicken dir Bilder für Stops zum Einreichen. Dann machst du das, reichst das alles ein. Dann willst du irgendwann auch mal was essen. Dann musst du vielleicht, weil nebenbei das NAR-Battle läuft, mein Internet-Turnier, dann musst du da Fragen beantworten. Dann hast du da Leute, die ihre Runden schicken. Dann musst du die noch runterladen, musst du die noch hochladen. Dann musst du die vielleicht noch bewerten. Dann ab 17 Uhr mache ich immer Arenen. Dann kommt ja in letzter Zeit oft ein Stream. Gerade wenn eine Raid-Stunde ist oder eine Spotlight-Stunde. Nach dem Stream telefoniere ich auch nochmal mit Pupsi oder halt davor. Ab 23 Uhr mache ich dann Geschenke. 0 Uhr gucke ich entweder noch kurz irgendwas im Fernsehen, chill noch ein bisschen oder so, hau mir noch was rein, fall wieder ins Bett. Und habe wirklich einfach fast den ganzen Tag dann mit der Community verbracht, mit Fragen beantworten, mit Stops einreichen, mit Raids machen, mit Leuten helfen, mit für die Mama da sein oder mit Pupsi-Wege erledigen oder mit Freunden kurz treffen. Also der Tag ist auf jeden Fall immer sehr ausgefüllt und die Zeit rennt immer weg. Alex, Hansa, wie geht es dir? Ja, das ist meine Frage. Mir geht es gut. Sehr schön. Noctzei, was geht so? Joa. Was ist mit euch los, Mann? Ich gehe gleich und zwar meine Mutter abholen, wenn es 13 Uhr ist, weil die nämlich schon wieder ihre Steuererklärung wegbringen muss. Bronix, willst du ein 100er Shiny Krypto Mewtwo? Habe zwei. Also ich hätte gerne ein 100er Shiny Krypto Mewtwo, aber du kannst ja keinen Krypto-Pokémon tauschen. Und selbst wenn du es tauschen könntest, dann wärst du danach kein 100er mehr, außer mit ganz, 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 ganz viel Lack, weil, Lucky ist so offen, weil die EV ja eh neu gewürfelt werden. Also ich würde gern, aber du kannst eh keins abgeben. JSPokémon, kannst du ein Video machen, wie man spooft? Nein, kann ich nicht, weil, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich könnte nur zeigen, wie ich spoofe. Ich kann euch aber nicht zeigen, was ihr machen müsst, um so zu spoofen wie ich. Weil ich habe das ja nicht eingerichtet, ich habe das ja nicht gemacht. Deswegen, ich könnte euch nur die App vorstellen und zeigen, was man damit machen kann. Aber ich könnte euch kein Tutorial geben, wie ihr euer Handy einrichten könnt, dass ihr das auch nutzen könnt. Das ist das Problem. Weil da muss man routen und von routen habe ich keine Ahnung. Und routen muss man auch aufpassen, weil man sonst das Handy komplett kaputt macht. Deswegen würde ich davon absehen. Dunja Barczuk. Barczuk? Moin. Mich würde mal interessieren, ob du Kinder haben möchtest. Und wenn ja, wie viele? PS, ich habe drei Mädels. Das Gute ist, mit meiner Ex-Freundin hätte ich ja eigentlich schon ein Kind gehabt. Die wusste das aber nicht, dass sie schwanger ist. Die ist dann irgendwann ins Krankenhaus gegangen, weil sie extreme Blutungen hatte und Bauchschmerzen. Und dann haben die gesagt, Glückwunsch, sie sind schwanger. Es ist tot. Wir machen es schnell raus. Tschüss. War sie total fertig. Ich habe auch geweint. Und dann irgendwann hat sie ja mit ihrem ganzen offenen Beziehungsscheiß angefangen und sonst was. Und hat sich immer bei irgendwelchen ominösen Gestalten rumgetrieben. Dann bin ich auch abgehauen, habe mich abgeseilt. Und dann ruft sie mich irgendwann aus dem Nichts an. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Ich bin schwanger. Es muss aber von dir sein, weil mit anderen verhüte ich ja immer. Und dann habe ich gesagt, ja und? Im Endeffekt, wie oft schlafen wir miteinander und es passiert nichts. Jetzt, wo du mal mit einem anderen was hattest, bist du schwanger. Willst du mich verarschen? Hat sie aber sowieso gesagt, es ist ja auch egal, weil sie treibt es ja eh ab. Weil sie will momentan einfach kein Kind und nö, ihr ist das zu viel auch mit Erziehung, mit Verantwortung, sonst was. Das kann sie nicht. Und so hat sie das dann im Prinzip absichtlich abgetrieben. Das wäre also schon mein zweites Kind gewesen. Und dann was richtig Intimes, was vielleicht zu weit geht. Und Pupsi mich dann dafür hasst. Aber ich ja gesagt habe, dass ich alles ehrlich beantworte. Es ist zwar nicht die Frage, wie viele Kinder ich schon gehabt hätte. Aber als ich mit Pupsi zusammengekommen bin, gab es relativ früh auch einen Punkt, wo sie schwanger geworden ist. Und wir aber so frisch zusammen waren und ja, das ging einfach alles zu schnell. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden. Mittlerweile, ich glaube, sagt sie selber, dass sie das manchmal bereut oder dass sie sagt, was wäre denn gewesen. Wir hätten das einfach bekommen. Wer weiß, wie das Leben jetzt gewesen wäre oder so. Und ja, man denkt schon öfters darüber nach. Also ich würde auf jeden Fall gerne Kinder haben. Denn ich finde das toll. Kinder bereichern das Leben einfach. Weil ich keine Kinder habe, habe ich den Adi. Der Adi ist für mich wie ein kleines Kind, ein kleines Baby. Natürlich mit dem richtigen Kind hast du noch mehr Verantwortung, musst du noch mehr machen. Ich würde es auf jeden Fall toll finden, meine Kinder zur Schule zu bringen, abzuholen. Bei den Hausaufgaben zu helfen. Wenn jemand meine Kinder ärgert, hingehen und gleich verprügeln. Ansonsten was beibringen. Die täglichen Fragen des Lebens beantworten. Gucken, dass der mit dem Arsch an die Wand kommt, dass was aus demjenigen wird. Und es ist einfach was los. Es wird einfach lebendig durch Kinder. Irgendwann, wenn ich sterbe und habe keine Kinder, steht niemand vor meinem Grab. Wenn ich Kinder habe, dann stehen die wenigstens dort und weinen. Und das ist doch das Ziel, was man haben muss. Nein, aber ich finde, das gehört dazu, immer für Nachwuchs zu sorgen. Das ist das Leben, eine Familie zu gründen. Dann hat man irgendwo das geschafft. Official Lewis, wo arbeitest du und was? Zuletzt habe ich im Rewe gearbeitet. Davor habe ich im Netto gearbeitet. Jeweils immer als Einzel... Na gut, im Rewe müsste man sagen, was. Einfach nur... Na gut, Verkäufer kann es auch nicht sagen. Da war es einfach nur Bückstück. Und im Netto war es halt Einzelhandelskaufmann. Na gut, es war auch einfach Verkäufer. Aber trotzdem, da saß ich wenigstens an der Kasse und habe die Leute bedient, die sehr... Ähm... Die sehr, äh... Angetan waren immer von mir. Momentan arbeite ich aber nichts, weil... Weiß ich nicht, ich finde nichts. Immer wenn ich mich irgendwo bewerbe, ecke ich direkt an, weil ich so ein böser Bubi bin. Dann wüsste ich gar nicht, wo ich mich bewerben soll, weil es hier auch nicht so viel gibt. Und irgendwo komplett neu was ganz anderes anfangen. Dazu fehlt mir der Arsch in der Hose irgendwie. Und deswegen bleibe ich einfach hier sitzen. Ich hatte in einem Seminar, hat die Seminarleiterin gesagt, sie hat noch nie so einen talentierten, kreativen, jungen Mann wie mich erlebt, als ich diese... Diese Cofé-Werbung gedreht habe. Und sie hat ja Kontakte in Berlin. Sie kommt ja ursprünglich aus Berlin. Sie wollte da was klar machen. Ein Praktikum bei der Filmfabrik. Dass ich beim Film arbeite und dass ich dort was machen kann. Leider ist das natürlich auch alles im Sand verlaufen. Das war aber sogar noch vor der Corona-Zeit. Also irgendwie die Projekte, die die hatten, sind dann eingestellt worden. Und so hatten sie keinen Platz mehr für nichts. Aber die, die dort arbeitet... ...der sie das gezeigt hat, die fanden das auf jeden Fall auch richtig toll und war auch begeistert. Nur bringt mir das alles nichts, wenn Leute von mir begeistert sind, aber einem trotzdem keine Chance geben können oder weiterhelfen. Was magst du mehr? KFC oder McDonald's? Ich müsste sagen McDonald's. Weil ich war noch nie so oft bei KFC. Ich glaube, in meinem ganzen Leben war ich sogar nur einmal bei KFC mit Crazy O, als ich bei ihm war. Und McDonald's ist hier 15 Kilometer entfernt. KFC, keine Ahnung, ist glaube ich der nächste in Nürnberg. In Nürnberg. Aber KFC bringe ich immer mit Chicken Wings in Verbindung und ich mag einfach keine Chicken Wings. Das sind für mich einfach nur Knochen. McDonald's hast du halt große Auswahl. KFC kenne ich die Auswahl gar nicht. Aber KFC ist ja das meiste mit Hähnchen eigentlich. Bei McDonald's esse ich auch sehr gerne dann lieber Chicken Burger, Hähnchen Burger, sonst was. Ich glaube, ich müsste mich mehr mit KFC beschäftigen. Weil KFC ist ja trotzdem, ist ja heftig. Alle lieben KFC. Welchen Schulabschluss hast du? Da kommen wir gleich noch dazu, da kann ich noch was zeigen. Trägst du gerne Magenklamotten? Eigentlich nicht. Ich finde sowas halt dumm. Wenn ich ein T-Shirt für 15 Euro, ein T-Shirt für 10 Euro kaufen kann, warum soll ich für ein T-Shirt 60 Euro ausgeben, nur weil da irgendeine Scheiße draufsteht? Ihr seht ja, momentan trage ich mein Budapest-T-Shirt. Das ist keine Magenklamotte. Das ist zwar was Besonderes, aber keine Magenklamotte. Und an sich, wenn meine Mutter immer sagt, sie hat Gutscheine, ich soll mal mit ihr kommen, ich soll mir da mal ein paar Sachen raussuchen für irgendeinen Scheiß. Und wir gehen in Taco, sage ich immer, nehme ich hier so ein Dreierpack schwarze T-Shirts und ein Dreierpack weiße T-Shirts. Einfach nur vollkommen neutral. Einfach nur anziehen. Denn nicht Kleider machen Leute. Ich finde halt, man sollte die Person nach der Person beurteilen. Und nicht nach dem, was sie anhat. So, äh, der hat Adidas, der ist cool, mit dem wollen wir zu tun haben. Äh, der hat kein Adidas, voll der Spasti. Äh, finde ich halt kacke, deswegen. Wie lange zockst du so am Tag, wenn du arbeitest und wenn du nicht arbeitest? Meine Arbeit ist ja momentan das Zocken. Deswegen. Sonst war es so, als ich beim Netto war, habe ich natürlich nach der Schicht, ich habe meine, wenn ich Frühschicht hatte und dann bin ich um 15 Uhr, was bis ich raus, dann habe ich noch drei Stunden irgendwas gemacht. Wir haben viel am Strich rumgesessen damals, haben da immer Lockmodule angemacht, haben da rumgewühlt. Und, ja, jetzt ohne Arbeit, ich glaube, jetzt ohne Arbeit, ohne wirkliche Arbeit zocke ich, glaube ich, sogar weniger als damals mit Arbeit. Ich glaube, mit Arbeit, da hatte ich ja den Kanal noch nicht so, da habe ich mehr gezockt und jetzt mit dem Kanal habe ich sogar weniger Zeit zu zocken, weil ich die meiste Zeit dann auch hier drin sitze und Videos schneiden muss und machen muss. Ich nehme was auf und dann geht das Bearbeiten und das News einholen und sonst was alles drauf und das Beantworten der vielen Fragen und der Nachrichten. Und so habe ich weniger Zeit zum Zocken. Das ist, das ist schlimm, oder? Junge, hör auf, immer zu unscharf zu sein. Das waren meine Fragen, okay, Official Lewis, aber du hast noch gefragt, welchen Schulabschluss hast du? Da kann ich dir hier kurz was zeigen, das siehst du nicht, hier habe ich einen Ordner mit Bewerbung. Wenn wir den aufmachen, sehen wir hier ein schönes Foto. Das war irgendwann vor ein paar Jahren, keine Ahnung, da sieht man, andere Brille, andere Bart, andere Frisur, da habe ich noch einen ekligen Dreckspiercing in der Fresse. Das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Das sieht so hässlich aus einfach nur, wie konnte man so rumlaufen, ich verstehe es nicht. Und hier ist mein, ähm, Zeugnis drin, wenn ich es finde. Hä? Arbeitszeugnis, Lehrgang, Lehrgang. Zeugnis, Realschule. Hier kannst du zum ersten Mal sehen, ich muss meinen Pikachu wieder reinholen, dass ich einen Realschulabschluss habe. Das ist die 10. Klasse gewesen, ne? Zack. Ramon Hess, 16.7. 88, ist ja nichts Schlimmes. Und hier seht ihr die Noten, ihr seht auch auf welcher Schule ich war. Staatliche Regelschule, Dr. Karl Ludwig Nonne. Deutsch, 1. Englisch, 1. Mathematik, 1. Physik, 1. Astronomie, 1. Musik, 1. Und was bleibt übrig? Chemie, 2. Ethik, 2. Bio, 2. Geschichte, 2. Geo, 2. Sozialkunde, 2. 2. Kunsterziehung, 2. Sport, 2. Wirtschaft, Recht und Technik, 2. Natur und Technik, 2. Das ist also eigentlich ein richtig gutes Zeugnis, oder nicht? Ich war mit der Beste meiner Klasse, wenn nicht sogar der Beste, ich will ja nicht angeben, aber meine Zeugnisse sahen eigentlich immer so aus und ich musste nicht mal viel dafür machen. Ich saß einfach nur da und dann kamen die Noten einfach so. Ich fand das sehr cool, denn ich hatte im Vorjahr eine 3 auf dem Zeugnis. Das hat mich etwas gewurmt. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo. Das müsste bei, bei Kunsterziehung, genau. Bei Kunsterziehung, egal was ich in Kunst gemacht habe, ich habe immer eine 3 bekommen. Egal, ob ich mich angestrengt habe, nicht angestrengt habe, ich habe immer eine 3 bekommen. Deswegen bin ich zur mündlichen Prüfung, habe ich Kunsterziehung gewählt, weil mich die 3 genervt hat. Und in der mündlichen Prüfung habe ich eine 1 bekommen. Da habe ich nämlich mit meinem Camcorder damals eine Videokassette gemacht, wo ich verschiedene Perspektiven vorgestellt habe und zur Videotechnik und Filmtechnik irgendwas gemacht habe. Und das fanden die so gut, da habe ich eine 1 drauf bekommen. Und durch die 1 ist meine Note auf dem Zeugnis von einer 3 auf eine 2 gewechselt. Damit habe ich mir den Arsch gerettet. Ansonsten, ihr seht, nur Einsen, nur Zweien, keine 3, keine 4, keine 5, keine 6, alles super. Dafür, dass die Leute immer es sagen, oder wie der Fischi, der denkt, ich habe nicht mal einen Schulabschluss und dass ich halt, äh, dass ich halt voll dumm bin und er ist ja so schlau und er ist der klügste Mensch der Welt. Er hat halt keine Ahnung. Der beurteilt mich nach dem, wie ich mich hier gebe, aber er weiß halt nicht, wer ich wirklich bin. Sagen wir es mal so. Jetzt sind wir schon wieder bei 22 Minuten. Das war es von meiner Seite aus. Wir müssen noch einen Teil machen. Wir sind noch nicht mal bei den Ismo-Fragen. Es tut mir leid, es zieht sich, aber es sind einfach so viele Fragen. Ich will das wirklich schön mit euch beantworten. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Peace out.